Ja, er hat kulturell für Niederbayern unglaublich viel geschaffen, für die Oberpfalz auch, aber darauf kommen wir dann später zurück. Und er darf sich seit gut 14 Tagen ja selbst als neuen Intendanten der europäischen Festspielwochen in Passau bezeichnen. Herzlich willkommen hier im Studio bei uns, Thomas E. Bauer. Schön, dass Sie da sind. Sie haben ja schon länger, habe ich mich ein bisschen eingelesen, geliebäugelt, beziehungsweise standen schon länger so ein bisschen in Kontakt mit der Leitung dieser Festspielwochen. Jetzt seit 14 Tagen ist es tatsächlich fix. Wie geht es Ihnen denn jetzt? Hatten Sie überhaupt schon Zeit, mit den doch nicht ganz unbedeutenden Posten das Ganze mal sacken zu lassen? Ja, also man muss sich natürlich, wenn man so eine Aufgabe anstrebt, sofort einarbeiten, denn die Saison 2017 ist zu planen. Und wenn man weiß, dass bekannte Künstler in der Klassik ja über zwei, drei Jahre voraus planen, dann muss man sich jetzt ganz heftig auf die Hinterbeine stellen, um das jetzt zu planen. Also das läuft schon rund um die Uhr, die Planung der europäischen Wochen für nächstes Jahr. Also gibt es keine Eingewöhnungsphase. Inwieweit, jetzt machen wir quasi schon einen großen Sprung, bleibt Ihnen da jetzt tatsächlich schon die Freiheit für, ich glaube das ist eine Jubiläumsausgabe, 65. Festspiele, genau, da schon Ihre eigenen Ideen mit reinzubringen? Also es geht natürlich schon, da gibt es auf der einen Seite die vertragliche Seite, also welche Künstler sind schon gebunden an die Festspiele und dann gibt es ein Jahr vorher, so war das bisher auf jeden Fall üblich, weil wir festspielen, vor allen Dingen mündliche Vereinbarungen. Und da geht es dann sehr darum, wie fix sind diese Ideen, da gibt es enttäuschte Künstler, wenn das Programm jetzt nicht in diesem Jahr ins Projekt passt. Kann aber trotzdem heißen, dass in den Folgejahren weitere Engagements zustande kommen. Und dann soll auch noch eine persönliche Handschrift mit rein, wenn man an die Mottos zum Beispiel denkt. Also ich stecke da mittendrin und ich glaube, dass man aus dem, was sozusagen an Basis da ist, plus Erweiterungen, was sehr Hübsches zaubern kann. Sie sprühen quasi gefühlt jedes Jahr, jeden Monat vor neuen Ideen, angefangen mit dem Kulturwahl 2008, muss man ja sagen, haben Sie auf die Beine gestellt und hat sich mittlerweile zu einem internationalen Festival, muss man ja sagen, aus verschiedenen Bereichen etabliert. Wir haben Bleibach, eine revolutionäre Idee eines Konzerthauses in einem kleinen Dorf, an der Grenze zu Niederbayern-Oberpfalz, muss man ja sagen, was auch seit zwei Jahren wunderbar läuft. Und jetzt diese Position, also das kann man ja eigentlich fast nicht mehr toppen, oder? Also irgendwie passt es vielleicht ganz gut in meine Lebensplanung, weil das etwas ist, was mich sehr antreibt, was in den europäischen Wochen zugrunde gelegt ist. Da hat man nämlich was versucht und das ist, glaube ich, wirklich einzigartig weltweit. Als unsere Gegend zerstört war nach dem Krieg, ja, als Passau total kaputt war, nichts war, nicht mal ein vernünftiges Hotel gab es, hatte man die verrückte Idee, also neben den normalen Aufbauleistungen durch Kultur eine Gesellschaft aufzubauen. Also 65 Jahre gibt es das Festival und die haben das damals einfach European Weeks genannt, also wo Europa nur eine konfuse Idee war. Und das finde ich so faszinierend, also dass man mit Kunst, nicht nur sozusagen als Lippenbekenntnis, dass man eine Gesellschaft eins zu eins aufbauen kann. Und wenn man so will, ist das, was ich bisher gemacht habe im Bayerischen Wald, Kulturwald und das Konzerthaus, nichts anderes. Also mit dem Konzerthaus wollte ich den Beweis antreten, dass man mit einer Bautätigkeit, mit einer richtigen infrastrukturellen Veränderung innerhalb der Gesellschaft etwas erzielen kann. Und weil bisher war es ja immer so, dass man gesagt hat, naja gut, Kunst und Kultur, das macht man so als extra in der Gesellschaft, so irgendwie eine Nebensache, also wenn alles andere läuft, dann spielt man ein bisschen Musik dazu oder so. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass Kultur ein harter Standortfaktor ist und das spielt natürlich in Passau auch eine sehr große Rolle. Und vor allen Dingen, das war ja auch mal so lang als elitäre Freizeitbeschäftigung, kulturelle Abendbesuche, klassische Musik, internationale Künstler, dass das eher in einer etwas kleineren Schicht vielleicht vorbehalten war. Auch das soll ja bei den europäischen Wochen und sich in Zukunft noch stärker ändern, oder? Ja, also ich glaube, es gibt so ein großes Missverständnis. Früher war es natürlich so, es gab noch dieses klassische Bildungsbürgertum. Ja, so wie jeder dann halt in einem guten Haus Klavier gelernt hat, ist er halt auch in die Kammermusikreihe vor Ort gegangen. Und dieses klassische Modell, das funktioniert so nicht mehr. Warum? Ja, weil man sich nicht mehr so festlegt. Früher hat man dann sozusagen ein Abo gekauft oder man wusste, ein Jahr vorher, da bestelle ich gleich mal irgendwie 25 Veranstaltungen bei den europäischen Wochen. Das ist sozusagen der Nachteil, wenn man heute Konzerte organisiert, dass man nicht mehr so langfristig planen kann. Auf der anderen Seite, wenn man an die Leute herangeht, heute mit den neuen Medien, kann man kurzfristig unglaublich viele Leute erreichen. Man muss natürlich Anreize bieten. Die Leute müssen merken, das ist eben keine Elite-Veranstaltung. Und da muss man als Person dahinter stehen. Da muss das Marketing einer solchen Reihe, muss einen ansprechen. Also wenn ich heute an den 30, 40-Jährigen denke, Freunde von mir, die sind ja prinzipiell an hochwertigen Dingen interessiert, die wollen aber was geboten kriegen. Die wollen einen Anreiz haben, da hinzugehen. Und da, finde ich, steckt ein ganz großes Potenzial drin bei den europäischen Wochen. Ich merke zum Beispiel in Bleibach, da ist es genau diese Strategie, dass, wenn wir ein Beethoven-Konzert machen, ist es über Monate vorher ausverkauft. Das ist das Erste, was ausverkauft ist. Weil alle Leute im Umkreis von 100 Kilometer oder noch weiter her sagen, ja, wir fahren zum Kulturwärts deswegen, weil wir hier klassische Musik auf allerhöchstem Niveau geliefert bekommen. Kabarett, Kleinkonzert, die fantastischen Sachen hier auch, haben wir genug Angebot in Ostbayern. Ja, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, vor allen Dingen, dass der Festspielverein auch Sie als Intendant schon länger ein bisschen im Auge hat oder als potenziellen Intendanten, weil Sie auch hier aus der Region kommen, die Leute verstehen, wie die Leute hier ticken und Sie vor allen Dingen auch durch Ihre Erfahrungen und durch Ihre eigenen Projekte mittlerweile ein wahnsinnig großes Netzwerk wahrscheinlich haben und damit es eben vielleicht auch schaffen, die Leute eben aus München und Co. hierher zu bringen, oder? Ja, die Leute kennen mich, ich war extrem viel in den Medien und das ist für mich auch entscheidend, ja, dass man die Leute anspricht mit Themen, die sie auffüllen. Als Konzerthaus zum Beispiel, da kann man ja verschiedener Meinung sein. Die meisten Leute sagen doch meistens, wozu brauchen wir sowas, ja. Aber in der Art und Weise, wie wir das präsentiert haben, auch kontrovers, ja, hat es die Leute aufgeregt. Und das meine ich in so einem emotionalen Sinne aufgeregt. Und man hat auf jeden Fall einen Standpunkt dazu. Und ich glaube, alles, was die Leute kalt macht, ja, ist der Killer für, oder kalt lässt, ist der Killer für alles, was man unternimmt. Und das ist mir sehr wichtig. Und ich glaube, dass für den Festspielverein jetzt gerade wichtig war, wo man überlegt hat, dass ja so dieser Wechsel eventuell kurzfristig stattfinden könnte, weil man, wie gesagt, keine Zeit hat, sich einzuarbeiten. Ich denke, dass auch andere geeignete Personen so etwas machen könnten. Aber man tut sich natürlich leichter, wenn man die Politik kennt, wenn man die Firmen kennt, wenn man eigentlich alle Landräte kennt und so weiter und die Gegend überhaupt, ja. Was sind das für Kirchen? Wie schaut das Dreiländereck aus? Wie gesagt, die Umgebung muss auch passen. Da kann man auch schon fast wieder einhaken, weil mit Bleibach haben sie tatsächlich ein sehr kontroverses Thema angeschnitten und es hat sich als wahnsinnig großer Erfolg jetzt rausgestellt. Und ich habe so ein bisschen die Spatzen vom Dachpfeifen hören, dass es sich ähnlich vielleicht außergewöhnlich ist oder überhaupt auch zum Thema Konzerthaus für Passau vielleicht auch vorstellen könnten in der Hinsicht? In Passau sind ja die Pläne für ein Konzerthaus schon viel weiter gediehen. Es gab Pläne, es gab Fördermittel. In Passau ist ja so eine uralte Kulturstadt, die natürlich auch in dieser politischen, geopolitischen Lage eine Rolle hat. Also nach Passau gehört ein Konzerthaus, das ist ganz klar. Das braucht man gar nicht diskutieren. Es geht nur darum, wie schafft man das. Und ich habe in Bleibach eins gelernt, weil Bleibach ist nur so ein kleines Experimentierlabor. Also ob man diskutiert in München oder in Passau oder sonst wo über Konzertsäle, die Diskussionen sind immer gleich. Ja und in München haben sie es ja auch schon versucht. In München sind wir übrigens am Ball. Also das Münchner-Thema ist noch am Laufen und Köcheln. Da gibt es einige interessante Aspekte, aber es führt sehr weit. Also das Münchner-Thema wird noch sehr interessant, kann ich nur sagen. Also die Argumente sind die gleichen, also die Elite-Kunstargumente. Dann auch von der ökonomischen Seite, wie wird sowas betrieben? Das muss man ja sagen können, meistens wird eigentlich nie genau benannt, wie der Betrieb laufen soll. Und wenn die Gemeinden oder eine Stadt das alleine schultern sollen, ist man, und das muss man verstehen, ist man natürlich von der Politik so, dass man sagt, naja gut, wir können nicht Millionen ins Blaue planen. Und diese Dinge, dafür muss man Lösungen präsentieren, die muss man entkräften können. Und ich glaube, jeder Bürgermeister einer Gemeinde oder einer Stadt ist dabei, wenn man ihm logisch erklären kann, wie das funktioniert. In Bleibach funktioniert es zum Beispiel, weil wir eben diese Themen Bauherrnschaft, Betrieb, Fördersituation im Vorfeld so weit geklärt hatten, dass man sozusagen von den fördernden Stellen und auch die privaten Leute gesagt hat, das macht Sinn, da kommen wir weiter. Und ich habe so ein Gefühl, dass es in Passau möglich ist. Wie kriegen Sie eigentlich all diese Aufgaben? Weil die gibt es ja nach wie vor. Kulturwald gibt es, es sind klassische Konzerte, die Sie spielen. Sie haben im Vorgespräch angedeutet, Sie dürfen vielleicht demnächst, oder dürfen wahrscheinlich vom Papst demnächst singen. Das sind ja alles Sachen, die lassen sich ja jetzt nicht von einer Minute auf die nächste vorbereiten. Wie schaffen Sie das eigentlich? Ja, es ist ein bisschen extremer im Moment. Bei mir gibt es auch so einen Wunsch. Also ich mache das ja, Sie haben gesagt, ich bin ein Vagabund, das stimmt auch. Ich mache das ja doch seit einigen Jahren, diese Reisegeschichten auf der Welt. Und der Unterschied in Passau ist jetzt zu meiner Tätigkeit beim Kulturwald, wo alles ehrenamtlich ist, das ist jetzt ein echtes Mandat. Also es ist eine echte Funktion, mit der man sozusagen auch eine gesellschaftliche Schicht vertritt. Und das ist mehr als das, was ich bisher gemacht habe. Heißt, ich muss irgendwo reduzieren. Und ich habe seit Jahren den Wunsch, ein bisschen mehr Verortung, ein bisschen mehr Heimat, ein bisschen mehr stetig sein, irgendwo zu schaffen für mich. Und da ist das doch ganz ideal. Das heißt also, ich werde mir vielleicht in den nächsten Jahren, das ist auf jeden Fall mein Plan so, die Rosinen in meiner Gesangskarriere rauspicken. Jetzt eröffne ich zum Beispiel die Elbphilharmonie Anfang Januar. Wann werden wir in Bezug auf die Festspiele Europäischen Wochen Passau, was sich wahrscheinlich schon als letztes an der Optik ein bisschen ändern wird, was sind so die ersten Fußtritte, die wir jetzt auch in der Öffentlichkeit von Ihnen da bis zum kommenden Sommer sehen werden? Also es muss auf jeden Fall Tempo rein in die ganze Geschichte. Also für mich heißt, eine Konzertreihe zu organisieren, Zeit haben mit allen zu reden. Das heißt, wenn ich mit allen reden will, also den Leuten auf der Straße, den Politikern, den Sponsoren, dann kann ich das Programm nicht erst zwei Monate vorher fertig haben, weil ich denen ja erzählen muss, was kommt. Deswegen wäre mein Ziel, Ende Oktober das fertige Programm zu haben. Die Kampagne entwickeln wir schon voll. Es wird eine richtige professionelle Kampagne geben. Und zum Jahreswechsel wird man wissen, was sich im Sommer bei den europäischen Wochen abspielt, bis ins Detail mit allem. Also es gibt eine Runderneuerung bis Ende des Jahres. Es geht also von den Materialien los, vom Programm, von den Spielorten, von den Paketen, die es da geben wird. Und dann kann man durchschnaufen im Januar und dann habe ich Zeit in aller Ruhe, diese schönen Materialien rumzuzeigen und sage, liebe Leute, kommt. Ich glaube, so könnte man es anpacken. Und das heißt, ich lege jetzt besonders viel Tempo rein, damit ich Anfang des Jahres das ganz entspannt präsentieren kann. Ihr Wort in Gottes Gehörgang. Ich bin, oder wir alle sind gespannt, ob Sie sich das, was Sie jetzt so ambitioniert angepackt haben, dass Sie das auch so durchziehen können. Und vor allen Dingen auch, dass Ihre Ideen beim Publikum Anklang finden. Ich glaube, das ist dann das größte Lob, wenn man dann auch an den Besucherzahlen in dem Fall sieht, dass Ihr Konzept und Ihr Plan von dem, was Sie vorhaben, auch tatsächlich aufgeht. Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen und wünsche Ihnen in dieser Position alles, alles Gute und natürlich auch für alles Weitere, wir haben es gehört, Elbphilharmonie und so weiter. Also es gibt noch ein Nebenprogramm, ein kleines, aber sehr feines und dafür wünschen wir Ihnen auch alles, alles Gute. Dankeschön. Danke.